Musik 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 Jetzt verhalten mal leise, Alter, oder ich beende Streamen. Junge, ich beende gleich Streamen. Musik Musik Ja, boah, ich bin... Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab ehrlich keinen Bock mehr. Ich glaube, ich spiele jetzt da, wo's Battlefront. Mann, nix mit dem Boot können wir jetzt mal zacken, oder? Ja. Musik Musik Lass mich mitzocken. Junge, ich lass' dich jetzt einzuladen. Ja, mein Freund hat schon was gleiches, und ich hab' einen Livestream zu starten. Beinnerung. Oh, was geht ab, äh, Dennis, ne, was geht ab, ne? Willkommen im Stream. Eben, ne? Check meine Playlist von gestern ab, von GTA. Ich stürm mit 12ern, Minigang, Polizei, alles. Alles klar? Ja, alles klar. Ja, alles klar. Hör mal, willst du heute noch Fortnite mit mir spielen? Lass' ich kreativ. Schau mal auf meiner Knallpermets? Ja, komm, Knallpermets. Kann du dir noch beitreten? Ich mach' mal auf öffentlich, warte. Dann können alle beitreten, öffentlich. Alle, die mitmachen wollen, können nicht beitreten. Auf meiner Knallpermets. So, so. Ja, es ist alles klar. Oh. Das trage ich mal kurz. Ja, ich muss mal kurz. Habe ich alles schon geguckt? Darf erst am Wochenende zocken, und zu mir kommen dann wieder zocken, oder wie? Hä? Ja, okay. Ich muss mal kurz rein. Mach' mal kurz rein. Oh, nice. Junge, wer hat so eine Klingel dabei? Wer klingelt da? Das ist nur Kaffee's 4. Ich hab' nur so viele Küche von da. Junge. Mann, jetzt hast du nicht schwingt. gerade den hula hoop ich darf erst am wochenende wieder zocken aber wirklich kann auch wieder nach grenberg kommen am wochenende wenn du möchtest weil ich bin ja kannst du was machen aber erst mal auf welche 1 gegen 1 teams pvp oder snapper nein auf einer wir sind schon dreimal oder doch dann haben wir gehen jetzt auf meiner pvp map die idee ist eigentlich weiter war nein wir haben den heftigen macht es jetzt ja ich wollte sagen weil ich da schlafe wieder bei radik ja gut dann kommen wir abhängen ach du kacke da gab es hier schon eine heftige änderung die habe ich ja nicht gewinnen ist aber das ist immer noch scheiße dass die kleine änderung er soll man wieder ein bisschen schön auf den neuen map kann ein bisschen mp änderung oder so neues kind oder so die gar im skin mal zeigen so ich muss meine map machen muss auch dahinter ist meine map ich muss meine map kurz einstellen hatte welche das ist die md ist kann man die machen und ich habe keine lust das machen jetzt mal ich weiß jetzt nicht wer alles handy hat aber ja interessiert mich kurz nicht okay dann hat niemand die glück muss kurz eine änderung machen ne geht gerade nicht weil dann macht ihr wieder eure waffen oh falsch an ist an waffen typ ist sturmgewehr waffen typ ist sturmgewehr ja 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 rot witte äh na dunkel äh raketen fahrer ja Leute, es geht ab. Alter. Hoffentlich spawne ich nicht bei diesen... Oh ne, wir spawnen alle hier. Und ich hab die Jumper dauernd nicht drauf gemacht. Fuck. Ich hab... Hä? Wieso kann man nicht bauen? Jo, ich hab's überlebt. Ich überlebe es halt. Ich bin entkommen. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Oh. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Nein. 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 Ach du Kacke. Ich geh erstmal aufs Landestand. Ja, bis dann... Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ich muss auch mal bänden. Junge, wir machen die andere Map oder ja, was wir mit für eine Map machen. Ne, in der andere Map. Sniper Map erstmal. Und danach machen wir einfach Team. Ich mach kurz die Sniper Map rein. Hat das irgendwas damit zu tun, dass es eine Schrott skinnen wird? Ja. Ja. Wo seid ihr alle? Kommt mal aus meiner Map drauf. Kommt hier rein. Stehen wir in den Cabin. Ich kann hier hochschwimmen. Huiiii. Ich könnte hier hochschwimmen. Das war es mal. Das stimmt irgendwas nicht. Wart mal. Ich weiß, es hat kein Glück. Ach so. Oh Gott. Schwerkraft. Jetzt klappt das. Ach komm, wir machen einfach Team. Ich hasse es. Da kloppt irgendwas mit mir. Das ist kaputt. Ah. Wir machen jetzt Teams. Ich hab Bock auf Teams. Sonst zock ich einfach Stabos. Leute, Leute, Leute. Leute, da ich auch mal floppeln. Wir machen mal Teams auffüllen. Vielleicht haben wir Glück und treffen auf einmal Renegade Raider. Ja, Renegade Raider ist nicer. Videos, die ich mache. Nice. Alle. Der einfachste, den ich mir vorstellen kann, wäre tatsächlich I-Crimix. Ja, der sieht auch, wenn der deutscher wäre, wenn er reden kann. Oh man, das ist 7-11-Skin. Uh. Schlechtes Daskin der Welt. Alle Spiegel, alles klar. Hallo, du boah. Hallo. Are you German? No. Oh. Hi. Er kann kein Deutsch. Was kann der? Nur Englisch, also nicht. Wart mal. Hallo? Was ist da, Lia? Ja, ich komm gleich. Hallo? Pro. Ja, was ist Pro? Ach so, er hat schon gesagt, er ist Pro. Wenn er Pro ist, dann müssen wir wissen, wer zuerst stopft gleich. Ach, du guckst, ich geh direkt hier hin. Meni, wie wenig nett hab ich bekommen! Scheiße! Of fuck, alter. Can du die Video Fourels? Nice Muni. Trap! Ja, danke dir, die da verdammt, danke dir, Biggie! da hinten ist eine schlacht das ist meine drohe wenn du die märz klaus englisch kann der danger gamer ich kann englisch könnt ihr das nicht ja ich kann voll gut englisch ich kann jetzt sagen wo gegner sind ich bin fünfte junge eine klasse weiter und ich habe nur zwei in englisch und sind englisch ist die eigentlich ja so fragt mich gleich wir müssen erst mal retten das ist die kräfte wenn man da jetzt stoppt kraft auf der runde er wird gerade ein weiter startet scheiße angriff angriff ich habe oh nein ich habe in der letzten 1 Sekunde, da ist einfach so ein Lamm Nice, Level 129 Nice Ok, der hat die Banaches Hat die mit der K-Monit hat nur noch 7 Schuss Good boy, are you Banaches? Ah, die liegen mir nicht los Oh, die liegen mir nicht los Oh, die liegen mir nicht los Boah, keine Mets mehr Are you danger, danger? Danger zone Nein Boah, das ist laut Hinter dir! Danger, landing, landing Fuck Hier, mich hier Nice Nice Nice, hier, mich zuerst, lass den anderen Der hat eh verlassen, nein Der hat noch nicht los Nein, seine Neustadtspapier kann man nicht mal aufgeben Luten ist wichtig Ja, la, hier hast du blöken, die hier sind Da geht es nicht mehr wenn die Leute den anderen verlassen Ich frage mich auch immer warum die Leute direkt verlassen, wenn man stirbt ich will mal wissen ob da unten oben sein muss nicht ich brauche unbedingt ja ich schon mal mit einem boot ab ich habe keine woher hat er sein mutter nicht auch da märz märz wo ist es mir die paket ich brauche ok ich habe einfach alles ich habe auch fallen als meine presse als ob ich da jetzt kommt okay ich gehe weiter kommen so ein bisschen obwohl wir können holly bleiben und camp mal wenn die sohn hier ist noch da ganz oben doch doch nein das ist ja da gehen ja bestimmt welche rein oder oben ist ja oder wir bauen uns an der skybase da oben ja und er kann ja auch denken hier ein dummer hier die anderen aneinander gehen kann ja ich bin ich halte ich hab ich hab die beste neid stelle ich hier ich bleib hier auch die ehemal ich kann man sagen was das zeug hält dann mache ich hier und dann gehe ich hier und dann baue ich mich zu allem, dann mache ich ein Ding, dann kann ich mich aufhören WTF Alter Beste Snipe echt Ey, ich mach mal so, hey Komm mal, guck mal, hier kann man weiter drauf, guck Ey, stimmt, wir können ein bisschen weiter nach vorne bauen, sonst sind wir sogar noch mal in der Sau Ja, komm, lass mal nach vorne bauen Geht nach, geht nach Lars, komm, lass mal nach vorne bauen Du glaubst mir auch noch Junge Hier gibt's, hier Oh Guck mal aus Nein Dafür gehört die epische Tech dir, ja? Dafür gehört die dir Okay War nur Spaß Naja, wenigstens ist auch ein Medikit Hey, die Tech gehört Louis Gib die Tech Lars Ja Ach la Ach la Ach la Ach la Kam also Louis, wenn ich dich erwische, wie du direkt stirbst und am Ende mit dem ersten Kampf mit der epischen Tech, ne? Die ist meine ich heilig, ohne der sind war nix Danke Danke Hast du die Tech, die epische? Ja Oh, nice Farmt noch ein paar Meds, bevor wir losgehen Ich hab's grad so bemerkt, hab's Da sind weitere, ich seh sie, ich seh sie Gebt mir auch ein paar Meds, bitte, will ich alles nehmen, bitte Och komm Ich geb euch Meds, wenn ihr braucht Na Braucht ihr Meds? Ja, wenn brauchst du Meds? Ja Ein paar Was brauchst du? Ähm Ja, ein paar Was brauchst du? Nein, Alter Da hinten ist eine Schlacht, oder? Ja Ich hab noch ein Medi-Cat für Louis Louis? Ja, Daniel ist on Ja, Daniel ist on Fall auf Leute Fack Ja, ich musste aufs Klo, also ja Ich geh mal kurz zurück zur Lobby Ich geh noch aufs Klo, also ja Wart's kurz Und ich muss essen Gibt es. Ja, ich musste auf dem Party check! Party check! Party check! We finally got the g wage completely! Your new craft! Okay! Very good! And two fancy jeans! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020